Die geilste Brücke im Kreis. Outlet-Polter-Brücke. Da ist eine alte Eisenbahnbrücke. So, das war Outlet-Polter über die Ruhr. So, fangen wir nochmal zurück über diese Brücke. Dann kommt der nächste Zug. Also hier kommt kein Zug mehr. Rabi, 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 rabi. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020